Der Coronavirus beherrscht unser Leben jetzt schon mehrere Wochen und es gibt ganz neue Erkenntnisse, die ich in diesem Video mit dir teilen möchte. Ob du immun bist, wenn du einmal im Coronavirus erkrankt bist, wenn du die neuesten Therapieoptionen und Medikamente erfahren möchtest, die wirklich helfen sollen und wie du und dich und deine Liebsten schützen kannst, dann schau dir folgendes Video an und gerne teile es für die Leute, die dir wichtig sind. Okay, ich habe hier die Fragen notiert, die ihr mir gestellt habt, die für euch extrem wichtig ist. Die erste Frage ist, wenn wir einmal die Erkrankung durchgemacht haben, sind wir dann wirklich immun? So, darauf gibt es jetzt wirklich eine klare Antwort, die von Fachleuten ganz klar beantwortet werden konnten. Die Coronaviren, die uns jetzt bekannt sind, die jetzt im Endeffekt schon komplett erforscht sind, zeigen, dass eine Immunität nach überstandener Erkrankung zwischen sechs Monaten und 18 Monaten liegt. Das heißt nicht auf Lebenszeit, sondern das ist das Delta bei den jetzt bekannten Coronaviren. Das bedeutet für dich, wenn man das jetzt ganz platt sagt, eine ausgestandene Erkrankung hat einen Schutz für eine gewisse Zeit, wie lange muss ich jetzt erst noch zeigen? Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man dauerhaft immun ist, ist nicht hoch. Das heißt, wir müssen jetzt aufs Gaspedal drücken und sagen, okay, wir müssen wirklich Maßnahmen, Therapieoptionen, wirkliche Waffen entwickeln, um den Virus den Garaus zu machen. Das zweite Statement, Welche aktuellen Therapieoptionen sind am vielversprechendsten? Ich möchte dir die aktuellsten Daten hier sagen. Medikamente kann ich auch gerne nochmal vorstellen, aber meine vielversprechendste Therapieoption, die ich empfehlen würde, jetzt für alle wirklich zu fokussieren, ist die passive Immunisierung. Was ist die passive Immunisierung? Wir kennen die aus verschiedenen Epidemien, die schon überstanden wurden. Ebola, Schweinegrippe, spanische Grippe. Was passiert da? Man nimmt sich Patienten, die die Erkrankung durchgemacht haben, nimmt Blut ab, extrahiert die Antikörper, die daraus gebildet werden. Die werden von Fachinstitutionen aufbereitet und dann können sie den Schwerstkranken appliziert werden, sodass die den Virus sehr, sehr gut überleben. Hier wurden schon ein paar kleine Tests gemacht, auch in Asien, wo unglaublich gute Ergebnisse gezeigt wurden. Und das wäre jetzt meine Empfehlung. Zwei Zentren gibt es mittlerweile in Deutschland. Bitte vernetzt die Zentren, die jetzt im Endeffekt diese Sachen machen, mit den Leuten, die getestet haben, wo wir wissen, die haben Antikörper, um die Schwerstkranken schnell zu therapieren. Das ist die zweite Bitte, die jetzt nach draußen gehen sollte und die jeder sehen sollte, weil hier haben wir wirklich eine Chance, schnellstmöglich zu helfen, untereinander, als Gesellschaft, jeder für jeden. Der dritte Punkt, dauert der Impfstoff, der entwickelt wird, wirklich noch so lange? Erst anderthalb Jahre, wird ja gesagt, ein Jahr, anderthalb Jahre. So, also, ich kann dazu nur sagen, es wird ein Hochdruck daran geforscht. Es gibt jetzt schon verschiedene Optionen und zum Beispiel bei dem Thema Schweinegrippe wurde dieser Impfstoff schon nach vier, fünf Monaten bereitgestellt. Ich glaube, wir werden schneller sein, einen Impfstoff zu generieren, aber dem muss klar sein, dass ein Impfstoff erstens immer Risiken hat, zweitens, der ja natürlich auch getestet werden muss und drittens, selbst der Grippeimpfstoff, obwohl der appliziert wird, 50 bis 60 Prozent nur Erfolg einer Immunität hat. Das heißt, eine vollständige Immunität funktioniert nicht immer, weil der Virus, die Virus-RNA immer mutieren kann. Das heißt, die kann sich abwandeln und sich umändern, sodass im Endeffekt der Schlüssel im Endeffekt nicht mehr passen kann. Deswegen sage ich, wir können uns natürlich auf den Impfstoff fokussieren. Das ist auch wichtig, dass wir den irgendwann bekommen, aber wir brauchen auch andere Lösungen. Warum erkranken manche Menschen so stark und manche gar nicht? Also jetzt würde gesagt, so ein Geschmacks- und Geruchsverlust, selbst Taubheit ist auch ein großes Indiz, aber erst am Ende mehr der Erkrankung. Es ist wirklich so, dass manche sehr, sehr stark erkranken und manche eigentlich symptomlos. Und da müsste man jetzt wissen, warum ist das so? Es gibt verschiedene Thesen von Blutgruppe, vom Alter, vom Immunsystem. Immunsystem ist eigentlich bis jetzt die wichtigste Aussage. Ein starkes Immunsystem schützt dich, aber es kann nicht die einzige These sein. Das heißt, man müsste genau herausfinden, wann ist der Virus wirklich so stark, dass er kritisch für einen Patienten wird. Das sollte man durch Testen, Testen, Testen jetzt herausfinden. Und das ist der Appell nach draußen an dich. Kämpft für Tests. Kämpft dafür, dass wir in Deutschland so viel wie möglich seriös testen, um immer mehr das Virus zu verstehen. Weil nur wenn du den Gegner verstehst, kannst du ihn auch besiegen. Das ist mein Appell. Ich werde jetzt noch ein Video aufnehmen zum Thema Masken. Weil schützen kann man sich am besten durch Masken. Aber es gibt so viele verschiedene Dinge von Masken und es gibt so viele Dinge, die du beachten musst. Und gib mir auf jeden Fall mal ein Feedback. Gib mir einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Abonnier gerne meinen Kanal und sende es so vielen Leuten wie möglich, damit endlich aus der Praxis, aus dem Klinikalltag die Wahrheit auf den Tisch kommt. Dass der Alltag, die Praktika nach vorne kommen, dass die Intensivmediziner, die bei den Covid-Patienten stehen, tagtäglich ohne irgendwelche Ausrüstung, einfach so, dass die endlich unterstützt werden. Ich bin so glücklich, dass jetzt endlich valide Studien kommen. Das hätte man schon viel, viel, viel schneller machen müssen. Aber sie kommen jetzt und darauf warte ich und dann gebe ich euch ein Feedback, was da rausgekommen ist und wie ich das sehe. Also stellt mir ein paar Fragen. Mein Name ist Frank Woflepp, ich bin über 13 Jahre Apotheker und bin hier für unsere Krankenhäuser da und wir versuchen gemeinsam hier eine Lösung zu finden. Also macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Video. Dein Frank.